Ich bin Pavel Siveko. Ich bin Russisch, aber ich wohne in Frankreich. Beim Radfahren fasziniert mich die Schnelligkeit, den Abfahrten und den Sprints. Es ist ein fastes Sport und ich mag es. Ich mache Velo, weil es den Sport am meisten schwersten. Es ist wirklich der beste Sport. Am Radfahren fasziniert mich die Vielfältigkeit, weil wenn die Straße mir zu langweilig wird, dann fahre ich Mountainbike. Radfahren kann nicht jeder und macht auch nicht jeder. Jedenfalls nicht auf diesem Level. Das ist ein hoher Anspruch und das motiviert mich weiterzumachen. Das ist ein hoher Anspruch. Mein Ziel dieser Saison ist es, dass ich die Norwegen der Norge. In der zweiten Saison habe ich viele Zieler, die ich möchte erreichen. Das sind die Räste in den USA und die Europäische Youth Olympik in Holland. Ich hoffe, dass ich für die Youth Olympik in Holland bin. Ich bin der der Spassion Fertigung und Fertig fern Fertig und Fertig 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 Der Teamgeist vor allem, weil es ist ja ein großes Team, das Canyon Team und man lernt halt neue Fahrer kennen und es macht halt viel Spaß, da mit denen zu fahren. Cycling ist mein Leben, ich liebe Cycling. Copyright Untertitelung des ZDF, 2020